Hallo Leute, hier ist euer Sly aka SlyxLP, so wie ihr mich normalerweise erkennt. Ja, ich habe heute auf meinen Kanal geguckt und mich hat beinahe der Schlag getroffen. Es sind nun auf einmal 99 Abonnenten. Das heißt, es fehlt nur noch einer, dann habe ich endlich die 100 erreicht, die dreistellige Zahl, die erste. Das ist einfach nur genial, nur gibt es ein kleines Problem. Okay, ich weiß nicht so genau, was ich da als 100 Abonnenten Special machen soll. Ich hatte eine Idee, also ein bisschen geplant, ein FAQ zu machen, aber eventuell wollte ich es für das 200 Abonnenten Special aufheben. Aber mir ist sonst nichts anderes eingefallen. Darum frage ich jetzt euch, was sind eure Ideen? Was könnte man denn als Abonnenten Special machen? Ganz besonders das 100 Abonnenten Special von mir. Was schwebt euch denn vor? Was soll ich denn für euch tun? Zeigen, machen, was auch immer. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie einfach in die Kommentare unter dieses Video, Audio, Gedöns, was auch immer. Schreibt einfach unten irgendeinen Scheiß hin. Falls ihr dieselbe Idee hattet wie ein anderer, dann bitte ich euch drum, einfach einmal einen Daumen nach oben für diesen Kommentar. Damit ich dann auch gleich sehen kann, wer die meisten Daumen nach oben hat. Steht ihr dann ganz oben so mit ganz vielen Daumen. Und dann weiß ich genau, aha, das möchtet ihr, das möchten die meisten zumindest. Dann werde ich das machen. Also nicht jetzt zehnmal hintereinander die selbe Idee posten. Sondern einfach Daumen nach oben. Damit tut ihr euch leichter. Damit tue ich mich leichter. Und ja, das war's dann auch schon, denke ich mal. Auf jeden Fall erstmal ein riesengroßes Dankeschön, wie immer von mir an euch. Ihr seid einfach nur super. Und ja, gibt es denn sonst noch was? Bah. Hm. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Also wie gesagt, Ideen, bitte in die Kommentare unter diesem Video. Daumen nach oben, falls ihr dieselbe Idee habt. Ja. Mal schauen, welche Ideen da alles so dabei sind. Und welche dann am Schluss gewinnen wird. Ich gebe euch Zeit bis zum Sonntag, den 25. Genau, September natürlich. Das sind jetzt noch fünf Tage. In diesen fünf Tagen. Einfach posten, was ihr für Ideen habt. Einfach klatscht alles drunter. Scheißegal. Daumen nach oben. Fertig aus. Ich werde dann schauen, was sich daraus machen lässt. Aus den ganzen Ideen. Und ja. Lasst euch überraschen. Aber das gibt es erst, wenn ich 100 Abonnenten habe. Aber ich schätze mal, die kriege ich auch recht schnell. Vielleicht sogar vor dem 25. Also haltet euch ran, Leute. Immer schön fleißig Ideen posten. Und ja. Man hört sich demnächst wieder. Irgendwann. Ja. Bis dann. Viel Spaß beim Gucken meiner Videos. Und so. Ciao, ciao. 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 .